Hi Freunde, Mottenmann hier. Wir haben auf dem Discord zusammen einen neuen Secret-Boss entdeckt. Mir wurde es mitgeteilt und ich dachte, ich mache direkt ein Video, damit jeder von diesem Boss erfährt. Ihr bekommt von dem Boss als Belohnung diese Waffe. Unter anderem findet ihr noch einen Talisman auf dem Weg dahin. Ihr findet ein Siegel, also es lohnt sich extrem, dort hinzugehen. Und wo genau der Boss sich befindet, erfahrt ihr in diesem Video. Wenn es euch gefällt und wenn ihr den Boss noch nicht kanntet, gebt einen Daumen nach oben. Habt ihr Fragen oder Anregungen, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und lasst auf jeden Fall ein Abo auf meinem Kanal da, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst und immer auf dem Laufenden bleibt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Um zu dem Geheim-Boss zu kommen, beginnt unsere Reise in Nokron, der ewigen Stadt. Wie ihr dahin kommt, habe ich schon mal in einem anderen Video gezeigt. Ich verlinke es euch unten in der Beschreibung, damit ihr auch keine Probleme habt, in diese Stadt zu kommen. Ihr solltet also an diesem Gnadenpunkt sein und von hier aus fangen wir an, loszulaufen. Der Weg ist relativ lang und auch extrem unübersichtlich, deswegen guckt auf jeden Fall gut zu. Habt ein Auge auf das Video und wenn ihr Probleme habt, spult nochmal kurz zurück, um die richtige Stelle zu finden. Im ersten Schritt gehen wir, wie auch normal beim Eintritt in Nokron, durch diese beiden Häuser runter, quasi zur Stadt. Also das hier solltet ihr alles kennen, den Weg, falls ihr schon mal in der Stadt wart, beziehungsweise die meisten kennen den Weg. Wenn ihr dann hier gerade auslauft, diese Treppe runter, ich wollte gerade sagen diese Leiter, alles klar, diese Treppe runter, kommt ihr unten zu dem Kampfgebiet, wo ihr gegen die Imitator-Träne gekämpft habt, bzw. gegen euer eigenes Spiegelbild. Der Kampf war relativ tricky, weil es halt wirklich euer Spiegelbild ist, aber auf jeden Fall zu schaffen. Also genau hier kämpft ihr gegen den Boss. Ich habe ihn schon besiegt, deswegen ist er nicht bei mir mehr da und wenn ihr ihn besiegt habt, öffnet sich hier links quasi eine Türe. Erstmal habt ihr hier einen neuen Gnadenpunkt, den könnt ihr natürlich aktivieren und hier der Bereich wird dann frei und ihr könnt hier hochlaufen, tiefer in die Stadt in Nokron hinein. Hier könnt ihr nun auf euer Pferd mounten und wir wollen quasi nach ganz unten zur letzten Ebene im Spiel, beziehungsweise in der Stadt und finden dort den Secret-Drachen-Boss, den ich in meinem ersten Durchlauf, in meinem zweiten Durchlauf auch noch nicht gesehen habe. Jetzt beim näheren Erkunden ist mir der Boss aufgefallen. Mir wurden auch schon mal ein paar Hinweise aus der Community gegeben und ich bin denen jetzt endlich mal nachgegangen. Ich habe es endlich geschafft. Ich war letzte Woche im Urlaub und konnte es da nicht machen, deswegen machen wir es jetzt. Wenn ihr hier quasi an diesem kaputten Brückstück seid, geht ihr hier einfach hinunter und lauft unter der Brücke entlang, links den Pfad lang. Also hier ist dieser Brückenpfeiler, hier springt ihr dann auch drauf auf den Pfeiler und von hier geht die Reise dann weiter. Hier müsst ihr natürlich vorsichtig sein, dass ihr nicht runterfallt, ist ein bisschen tricky, aber ich glaube, das kriegen wir alle hin. Und wenn ihr dann hier am Ende angekommen seid, lauft ihr hier quasi einfach rechts hinunter auf dieses Mauerstück, springt dann noch ein tiefer und ihr geht immer tiefer hinab. Hier ist noch ein Brückenstück, dann haben wir hier diesen Pfeiler, hier könnt ihr drauf. Hier ist der nächste Pfeiler, einmal drauf gehen, hier haben wir ein Item, das nehmen wir natürlich kurz mit. Einmal kurz looten, haben wir schon mal einen Horn, Talisman der Klarheit, den gucken wir uns natürlich kurz an. Ich habe ihn selber auch noch nicht gesehen, ist das erste Mal, wo ich hier bin und ich wollte das mit euch machen. Erhöht den Fokus deutlich, ja cool. Ihr geht dann weiter hier hinunter und hier wird es dann gleich tricky. Mal kurz gucken, wo war die Stelle. Hier müssen wir auf jeden Fall runterspringen, ich glaube auf der Seite war es. Wenn wir hier nämlich langlaufen, sehen wir, hier geht es noch tiefer bergab. Hier ist nämlich so ein kleiner Vorsprung, ihr seht es schon. Da könnt ihr auch drauf springen, dafür geht ihr einfach hier wieder zu diesem kaputten Mauernstück und springt dann hier hinunter. Geht dann hier links einmal rum und jetzt müsst ihr hier wieder hinunter gehen. Ich mache das alles ganz vorsichtig. Wenn ihr hier runter fallt, wie ich jetzt gerade fahre, seid ihr tot. Deswegen nehmt euch auf jeden Fall die Zeit, geht hier langsam runter. Und ihr habt hier nicht nur ein großes Stück, was ihr wieder neu erkunden könnt. Also hier sind auch ein paar Items versteckt am Rand, wie zum Beispiel irgendwelche Pflanzen. Guckt euch da ruhig mal um. Hier haben wir zum Beispiel einen Toten, der gibt uns dann auch wieder ein Item. Guckt euch hier ruhig mal um. Ihr findet hier extrem viele Items, die ihr mitnehmen könnt. Und ihr findet auch unter anderem den Drachenboss. Den geht ihr aber auf der anderen Seite lang. Also wenn ihr hier runtergegangen seid, bei diesem Weg, seht ihr links diese beiden Säulen. Und wir gehen zu der rechten von diesen Säulen und gucken rechts auf uns auf diesen See. Ihr seht es vor mir. Hier ist dieser Boss. Links haben wir noch so einen Käfer. Könnt ihr natürlich auch jagen. Aber hier ist dieser Boss, den wir fighten wollen. Und dem nähere ich mich jetzt an. Sobald ich an ihn angekommen bin, sollte er aufwachen. Da ist es schon Drachenblutsoldat. Und dann gilt es, den Boss zu schlachten. Ich bin natürlich deutlich overlevelt, weil ich das Spiel schon durch habe mit dem Charakter. Das ist auch das normale New Game, also nicht New Game Plus. Mit dem Charakter. Das ist hier mein Aufnehmencharakter für die Videos. Wie ihr seht, der Boss nicht allzu schwer. Gerade wenn ihr schon weit im Spiel seid. Ihr habt wahrscheinlich schon mal gegen so einen gekämpft, wo er deutlich nerviger war. Aber hier könnt ihr ihn dann ganz einfach besiegen. So, wo ist der Kick dann zu Fall gebracht? Als Belohnung kriegt ihr erstmal ein paar Runen und eine Drachenhellebade. Also eine neue Waffe. Sowie, wenn ihr hinten zu diesem Wasserfall lauft, kriegt ihr noch einen Talisman, den ihr natürlich ausrüsten könnt. Und auch benutzen könnt. Beziehungsweise einen Siegel, kein Talisman. Sorry. So, das war es auch schon mit dem Video. Das war der Soldat, den ich euch zeigen wollte. Wir gucken uns jetzt nochmal kurz diese Waffe an. Welche war sie? Einmal kurz gucken. Ich glaube es war eine Hellebade. Was ist das Ding? Ich bin mir nicht sicher. Ich muss weitergehen. Ne, das hier war es. Drachenhellebade. Er hat den Effekt Wirbelwind. Eskaliert auf Stärke und Geschick. Hat einen relativ schicken Base Damage. Wie man sieht. Und hier wegnehmen. Dann können wir den einmal hier unten oben reinpacken. Guckt uns die Spezialfähigkeit an. Wirbelwind. Ja, sieht cool aus. So ein bisschen blitzmäßig. Ihr dreht euch im Kreis. Macht dicken Aue Damage. Und ja. Gefällt mir sehr gut. Die Waffe auch der Spot hier. Wie gesagt, das erste Mal, dass ich den jetzt gesehen habe. Danke nochmal an die Tipps auf meinem Discord-Server. Und ja, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und lasst auf jeden Fall ein Abo auf meinem Kanal dann, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Und immer auf dem Laufenden bleibt. Wenn ihr auch Teil dieses geilen Discords werden wird, wo solche Informationen geteilt werden, wo man sich gegenseitig hilft. Egal ob PS4, PS5, Xbox, PC, whatever. Guckt einmal unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr meinen Discord. Kommt gerne drauf. Lasst ein Follow und ein Prime Stop auf Twitch. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und wenn ich nächstes Mal online bin, sagt am besten kurz Hallo, damit ich euch kennenlerne. Ich bin immer sehr happy, wenn Leute dazukommen und ich neue Leute auf Twitch kennenlernen darf. Sonst findet ihr noch Werbung von meinem Partner Holy Energy. Ist eine Alternative zu normalen Energydrinks. Schmeckt so ein bisschen wie ein Fruchtsaft. Hat aber keinen Zucker. Boostet euch wie ein normaler Energydrink, weil Koffein drin ist. Ihr habt nicht überall Dosen rumliegen. Ihr habt kein Taurin dabei. Keine künstlichen Farbststoffe. Echt geiles Produkt. Es schmeckt echt gut. Bestellt ihr mit so einem Shaker und mischt es dann zu Hause mit Wasser an. Mega geil. Holy Energy. Probiert das Ganze aus. Findet ihr unten in der Beschreibung. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, was für ein Equipment ich habe, was für eine Maus, whatever. Steht auch alles in der Beschreibung. Also checkt das ruhig mal aus. Nehmt euch eine Minute und guckt gerne unten rein. Würde mich sehr drüber freuen. Ja, das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr kanntet den Boss noch nicht. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Töten und beim Ausprobieren der Waffe. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Euer Mottenmann. Ciao. Ciao.